So platzieren Sie einen Trade auf dem MT4. Als die beste Plattform der Wahl für Trader weltweit ist der MT4 einfach zu navigieren und perfekt für das Trading. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren ersten Trade auf dem MT4 zu platzieren. Zuerst müssen Sie das Asset, mit dem Sie handeln möchten, im Fenster Marktüberblick finden. Klicken Sie einfach doppelt und es wird ein Orderfenster angezeigt. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und neue Order wählen oder das Orderfenster mit der Taste F9 aufrufen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren gewünschten Vermögenswert handeln und wählen Sie das Volumen Ihrer Position. Die Größe eines Trades wird in Lots definiert. Ein Standardlot variiert basierend auf dem Asset, das Sie handeln. Zum Beispiel entspricht ein Lot in Bezug auf eine Währung 100.000 Einheiten der Basiswährung. Ein Minilot oder 0,1 Lots entspricht 10.000 und ein Microlot oder 0,01 Lots entspricht 1.000 Einheiten einer beliebigen Währung. Wenn Sie die Größe Ihrer Position bestimmt haben, können Sie auch festlegen, bei welchem maximalen Gewinn oder Verlust Ihrer Position automatisch geschlossen werden soll, indem Sie die Felder Take Profit und Stop Loss auswählen und ändern. Sie müssen nun entscheiden, in welche Richtung Ihr Trade gehen soll. Wenn Sie erwarten, dass der Kurs steigen wird, dann klicken Sie auf Kauf nach Markt. Wenn Sie erwarten, dass der Preis fallen wird, dann klicken Sie auf Verkauf nach Markt. Ihr Trade ist nun geöffnet und Sie können ihn auf der Registerkarte Trades beobachten. Sie können Ihre Position so lange offen halten, wie Sie möchten, vorausgesetzt, Sie haben genügend Geld auf Ihrem Konto. Beachten Sie, dass Gewinne oder Verluste erst dann realisiert werden, wenn die Position geschlossen wird. Denken Sie daran, dass Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn Sie Take Profit und Stop Loss Orders eingerichtet haben, sobald eines der beiden Preisniveaus erreicht wird. Danke fürs Zuschauen! Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte das Support-Team von BD Swiss via E-Mail an support-at-bidiswiss.com oder über unseren Live-Chat auf unserer Webseite.